Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute dreht sich alles um Tipps und Tricks zum Samsung Galaxy Note 20 und im Endeffekt auch zum Note 20 Ultra. Ich zeige euch aber jeden Tipp am Note 20 5G. Fangen wir direkt an. Tipp Nummer 1. Verschiedene Audioquellen in der Kamera App wählen. Samsung hat mittlerweile extrem viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten und wie sehr dies der Fall ist, können wir selbst in der Kamera App sehen. Wenn wir unter mehr Profi Video auswählen, dann können wir unter Omni entscheiden, von wo der Ton aufgenommen wird. Gleichmäßig von der Vorderseite, von der Rückseite oder wir können eben auch coolerweise USB bzw. Bluetooth als Audioquelle wählen. Das heißt, wir können bei der Videoaufnahme den Ton aufnehmen via Bluetooth Headset oder eben auch über ein USB-C Mikrofon wie das Shure MV88 Plus zum Beispiel. Tipp Nummer 2. S-Pen Screenshot Notiz. Um dieses Feature nutzen zu können, tippt ihr auf Screenshot Notiz und schon wird ein Screenshot gemacht. Den Screenshot könnt ihr nun bearbeiten, wie ihr es kennt und aber eben auch frei beschriften oder den Weg einzeichnen mit eurem S-Pen. Ihr könnt natürlich auch hier euer Zeichenwerkzeug oder auch die Farbe verändern. Wenn ihr hingegen Smart Select wählt, dann könnt ihr direkt mit eurem Stift den Bereich auswählen, welchen ihr als Screenshot haben möchtet. Nach der Bearbeitung könnt ihr dann das Kunstwerk in eurer Galerie abspeichern. Tipp 3. Benachrichtigungs-LED um die Frontkamera. Vermisst ihr vielleicht eine Benachrichtigungs-LED und wollt nicht oder nicht nur das Always-On Display nutzen, dann habe ich hier eine Alternative für euch. Mit der kostenlosen App AOD Notify aus dem Google Play Store könnt ihr beispielsweise um eure Frontkamera einen farbigen Kreis aufblinken lassen, sobald ihr eine Benachrichtigung bekommt. Innerhalb der App könnt ihr alles mögliche individuell einstellen. Farbe, Dauer des Blinkens und so weiter und so fort. Der farbige blinkende Kreis fällt mir mehr auf als das Always-On Display. Für mich auf jeden Fall eine nützliche App-Empfehlung. Tipp 4. S-Pen-Gestensteuerung. Ich hatte euch schon in den Reviews darüber berichtet, dass der S-Pen noch mehr kann, als nur auf dem Display schreiben. Ihr könnt nämlich mit dem Stift von Samsung, welcher direkt im Smartphone Platz findet, unter anderem auch euer Note 20 von Weitem steuern. Richtig nützlich ist es beim Thema Kamera-App. Selbst wenn das Note 20 im Standby-Modus ist, könnt ihr es mit einem dreifachen Klicken sowie dann Halten des Buttons am Stift die Kamera-App starten. Nun könnt ihr mit einem weiteren Drücken der Taste Fotos machen. Beim gedrückt halten werden gleich mehrere Fotos hintereinander geschossen. Das coole ist aber auch noch, dass ihr mit der Stift-Gestensteuerung durch Drücken und Halten sowie dann der dazugehörigen Geste zwischen den einzelnen Modis wie Foto, Video und Single-Take wechseln könnt. Die Geste nach oben oder unten wechselt zwischen der Hauptkamera sowie der Frontkamera. Mit einem einfachen doppelten Drücken des Buttons ist dies jedoch auch möglich. Die S-Pen-Gestensteuerung funktioniert natürlich auch in der Galerie. So könnt ihr euch gemeinsam die Fotos anschauen und du musst nicht mit deinem Finger immer zum nächsten Foto oder Video swipen direkt auf dem Display. Die schnelle Geste links und rechts ersetzt den Zurück-Button. Die zuletzt geöffneten Apps können mit einem schnellen rechts links unten angezeigt werden. Leider könnt ihr aber hier mit keiner Geste zwischen den Apps wechseln. Aber zum Home-Bildschirm zurück kommt ihr immer mit der S-Pen-Geste hoch und leicht rechts runter. Neben den Samsung eigenen Apps ist der S-Pen noch unter Spotify hilfreich. Habt ihr beispielsweise einen Bluetooth-Speaker mit dem Note 20 verbunden und wollt den Musik-Track wechseln, dann müsst ihr nicht zum Smartphone laufen, sondern könnt einfach mit der Geste nach rechts oder links den nächsten oder vorherigen Track auswählen. Pausieren und Wiedergabe geht mit einem Klick des S-Pen-Buttons. Und die Lautstärke könnt ihr sogar auch regulieren. S-Pen-Taste wieder gedrückt halten und die Geste nach oben machen und schon wird die Musik lauter. Nach unten verringert sich die Lautstärke. Das Ganze geht glücklicherweise auch bei ausgeschaltetem Display, denn niemand wird das Display wahrscheinlich ständig anhaben wollen bei Musik hören. Tipp Nummer 5, die App Wallpix. Seid ihr auf der Suche nach coolen Hintergrundbildern, die das Punch-Roll verstecken oder spielerisch damit umgehen, dann kann ich euch die App Wallpix empfehlen. Ich habe diese App-Empfehlung glaube ich schon einmal in einem anderen Video gegeben, aber da die Anwendung jetzt für das Note 20 und Note 20 Ultra aktualisiert wurde und ihr die Hintergründe aber auch für andere Smartphones nutzen könnt, möchte ich es wenigstens kurz in diesem Video erwähnen. Hier gibt es eine gute Auswahl an kostenlosen Hintergrundbildern. Für die Live Wallpaper hingegen müsst ihr auf die Pro-Version upgraden, was euch einmalig 4,49€ kosten würde. Ich habe bisher aber nur die kostenlosen Wallpaper genutzt und die gefallen mir auch sehr gut. Tipp Nummer 6, Samsung Dex kabellos. Samsung Dex kennen die Samsung-Fans auf jeden Fall schon, aber nun geht das beim Note 20 auch kabellos. Ihr könnt somit euer Smartphone zu einem kleinen Android-Computer verwandeln. Und das eben nun auch Wireless. Einfach oben in der Benachrichtigungsleiste auf der zweiten Seite Dex aufrufen und einen kompatiblen Bildschirm suchen sowie diesen auswählen und schon öffnet sich der Dex-Desktop-Modus von Samsung und ihr habt auf dem großen Monitor eine neue grafische Oberfläche, mit der es sich hin und wieder besser arbeiten lässt als am Smartphone direkt. Wenn ihr nun noch auf die Notification Nutze dein Smartphone als Touchpad drauf tippt, dann könnt ihr euer Note 20 Display als Maus verwenden. Natürlich lässt sich aber auch Samsung Dex mit Maus und Tastatur steuern. Dazu müsst ihr einfach einen OTG-Adapter an euer Smartphone anschließen und dann daran zum Beispiel eine Maus und eine Tastatur. Tipp 7, die App Good Lock. Im Galaxy Store kann ich euch als Samsung-Smartphone-Besitzer die App Good Lock empfehlen. Mit dieser Anwendung könnt ihr sozusagen das Design eures Smartphones komplett anpassen und weitere Features auch noch freischalten. Ihr installiert aber nicht nur sozusagen ein Theme, was man vielleicht denken könnte, sondern ihr könnt von Grund auf jede einzelne Kategorie nach euren Wünschen verändern. Zum Beispiel könnt ihr euer Lock-Screen-Style verändern. Ihr könnt das Aussehen der Uhr ändern. Ihr könnt entscheiden, wo was angezeigt werden soll. Außerdem könnt ihr eure Notification-Leiste komplett individualisieren. Vom Design, bis wo die Uhr zu sehen sein soll, bis neue Funktionen hinzufügen, wie den Notification-Popup-Button. Dadurch könnt ihr nämlich nun die jeweilige Benachrichtigung bzw. die App als ein Popup-Fenster bzw. Bild im Bild anzeigen lassen und die Anwendung in diesem Fenster dann auch nutzen. Des Weiteren könnt ihr unter Task-Changer den Stil ändern, wie die zuletzt geöffneten Apps angezeigt werden sollen. Da gibt es ein paar coole Presets, einen Blur-Effekt kann man auch noch zusätzlich aktivieren, wenn man möchte. Ladet euch auf jeden Fall diese App herunter, wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt und noch mehr von dem System anpassen möchtet. Ich habe euch jetzt nur einen kleinen Einblick gegeben. Die Anwendung kann noch viel, viel mehr. Tipp Nummer 8, Live-Nachrichten. Mit dem S-Pen könnt ihr auch noch sogenannte Live-Nachrichten erstellen und diese dann versenden. Ein cooles Feature, denn ihr produziert ein kleines Video oder ein Foto und könnt dort hineinzeichnen, schreiben sowie eurer Kreativität freien Lauf lassen. Dabei können nützliche Videos mit wichtigen Informationen oder eben auch witzige kleine Nachrichten für Freunde, Familie oder Social Media Apps entstehen. Tipp Nummer 9, S-Pen-Übersetzung. Im S-Pen-Menü findet ihr eine große Auswahl an Anwendungen. Unter anderem auch die Übersetzungsfunktionen, die ich, muss ich zugeben, wirklich cool finde. Seid ihr beispielsweise auf einer Website, wo ein Wort in einer für euch nicht verständlichen Fremdsprache steht, dann öffnet das Stiftmenü und wählt Übersetzen aus. Nun haltet den S-Pen einfach nur noch über das Wort, welches ihr übersetzt haben möchtet und schon versteht ihr, was gemeint ist. Last but not least, Tipp 10, mit S-Pen vergrößern. Ein nützliches weiteres S-Pen-Feature nennt sich Vergrößern. Dies aufgerufen lässt eine Lupe überall dort erscheinen, wo ihr fast das Display mit dem S-Pen berührt. Von 150% bis 300% kann dieser Bereich vergrößert werden. Vor allem für diejenigen, die vielleicht nicht alles so gut lesen können, wird diese Funktion Gold wert sein. Das waren meine Top 10 Tipps und Tricks für das Samsung Galaxy Note 20. 5G jetzt hier in diesem Beispiel, aber an sich auch für das Note 20, 4G und auch für das Note 20 Ultra. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! vier Bis zum nächsten Mal.